Jawoll, uah, ja, lesen, schreiben und rechnen lernen wir alles in der Grundschule mit Rudi, Chantal und der Eule. Und wenn ihr wollt, auch auf lehrschul10.de. Rudi, Rudi, was denn? Sag mal, ihr habt auch in der Schule das... gelernt. Pfff, pfff, oder? Ja, kann ich mir aber auch noch nicht so gut merken. Pass auf, ich hab dich und Chantal beobachtet, wie ihr gestern mit Fingerfarben gemalt habt. Pfff, pfff, da ist mir ein Spruch eingefallen. Pass auf, ich bin ganz ober. Pfff, für das Fenster findet Rudi fünf feine Farben für die Finger. Pfff, für das Fenster findet Rudi fünf feine Farben für die Finger. Ja, ich hab zwar keine, aber egal. Nochmal mit Chantal? Chantal, kommst du? Ja. Für das Fenster findet Rudi fünf feine Farben für die Finger. Pfff, pfff. Pfff, nur dann?